Die Zeit ist etwas Seltsames. Ich verließ Kanaka vor Jahrzehnten, war gespannt auf die Dinge in Dunwall. Ich erinnere mich an die Liebe zu Jessamine, an ihre Krönung als Kaiserin, Emilies Geburt, die Seuche, dann Jessamines Tod und eine andere Krönung. Und jetzt das. In der Stadt, in der ich geboren wurde. Wie viele muss ich noch töten, bevor das alles vorbei ist? Stiltens Haus verbirgt ein Geheimnis. Aber ich nehme es Ziegel für Ziegel auseinander, um hinter Delilahs Unsterblichkeit zu kommen, solange sie dabei am Ende Blut hustet. Delilah hat sich vielleicht aus dem Nichts noch umgearbeitet, aber für Tyrannen und Hexen hege ich schon lang keine Sympathie mehr. Alles, was ich will, ist Delilah zu töten und für Emilies Sicherheit zu sorgen. Noch einmal. Komisch, gerade hat sich was verändert. Der Ort ist verflucht, rissig. Ich spüre das Nichts einsickern. Ich spüre das nicht. Ist das Stilten? Die, die ein Kind schlagen. Blut fliegen. Deine blutbefleckten Hände. Sie bringen Essen rein und raus wie der Wind. Dazu bezahlt die Heuler, damit sie Stilten Essen bringen. Stilten ist vom Rest des Bezirks abgeschnitten. Stiltenes Anwesen verfällt langsam. Stiltenes Anwesen Stiltenes Anwesen Stiltenes Anwesen Stiltenes Anwesen Das Wild hatte Gesichter. Da sind Wale in den Bergwerken. Ich hör sie unten heulen. Diese aufgeblähten Tiere. Wie bin ich so alt geworden? Wo sind die Männer aus früheren Zeiten? Die Bälle, die wir hier hatten. Theo, wir haben die Decken vor, ja? Vor drei Jahren zerbrach etwas in Aramis Stilton wie ein billiges Schloss. Ein Teil von ihm und des Hauses haben jeden Abend nur verlassen. Der innere Zirkel des Herzogs ist noch immer hier, um den großen Plan umzusetzen. Delilahs Plan. Und ein Teil von Aramis Stilton ist hier. Zerbricht weiter. Das Nichts ist kein wirklicher Ort. Es ist viel älter und seltsamer als du denkst. Es betrachtet dich von innen. Im Herzen von Stiltons Haus tröpfelt das Nichts durch das kleine Löchlein von Delilahs Trick immer weiter. Selbst Magie ist hier verkehrt. Alles funktioniert anders. Nimm das. Nimm das. Stell dir vor, als wäre ein Acromo-Wandler. Geh. Beobachte den Herzog und Delilah. Sieh selbst, was sie getan haben. Die Mert wird es sehr kalt. Bin ich in dein Haus eingedrungen? Und hab deine Dinge genommen? Nein. Die Zeit läuft aus. Sie kommt aus den Wänden. Sie ruiniert die Teppiche. Beim Nichts. Die Gäste warten im Arbeitszimmer. Der Herzog verlangt nach Erfrischungen, aber ohne die Kombination komme ich nicht rein. An der Tür hängt eine Nachricht, Hauptmann Windelborn. Was? Hm, er ist draußen. Ich brauche den Code fürs Arbeitszimmer. Der steht im Notizbuch, Ma'am, aber das trägt er bei sich. Danke, Corporal. Ehrlich gesagt kann ich Stiltons Gäste nicht ausstehen. Ich wurde von der kaiserlichen Verwalterin zurechtgewiesen. Wie heißt sie gleich? Da meinen Sie bestimmt Brianna Ashwar? Ja, das ist sie. Sie ist seltsam. Egal, leisten Sie weiter so gute Arbeit. Danke, Hauptmann. Und sagt der Kursch? Stilton hatte Geschmack, bevor er verrückt wurde. Was ich Schwerth gemacht hat, häng an der Decke. Ich hör's in der Nacht. Knochen aus der Tiefe, unter den Wellen. Ich hör's in der Tiefe, unter den Wojtaisir. Ich bin immer wachsam. Müssen wir das nicht zweimal sagen? Setz dich wohl für schlau! Hallo? Wer hat die Tür aufgemacht? Ich bin immer wachsam. 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 Das war's. Und was ist hier los? Da drüben sucht wohl jemand dringend Ärger. Doch. Und was ist hier? Und was ist hier? Und was ist hier? Ich seh mich mal... Moment, ich seh mich da drüben um... Und was ist hier? Ich seh mich mal... Ich wehre dich auch ganz... Aber es gab auch Frauen... Ich seh mich mal... Ich seh mich mal... Ich seh mich mal... Was? Ich seh mich mal... Ich seh mich mal... Hier in der Nähe ist Energie in der Luft... Ich seh mich mal... 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 Zu dieser Zeit hat die Garde Stilton geschützt... Ich seh mich mal... 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 Was war es? Ich seh mich wohl. Was war es? So sehen Sie nicht, was Ihnen heute Abend einen Albtraum beschert hat. Stilton ist bewusstlos, aber welchen Einfluss hat das auf die Gegenwart? Ich kann rein gar nichts für Sie tun. Gehen Sie weg! Hilfe! Lassen Sie mich! Wache! Weg da! Jetzt! Wir wollen... Ich hau dich um! Das reicht. Mehr Abstand, bitte! W-was? Stilton ist bewusstlos, aber welchen Einfluss hat das auf die Gegenwart? Gute! B-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w! Augen offen halten. Wo ist der Vater? Los auf, klar, Jungs? Ich finde es nicht gut. Los, ich hab alles schon was gefunden. Was? Du bist... Du bist so tot. Oh, wie wird das? Jetzt heißt es, du bist. Hey, wer ist? Was ist das? Okay. ich konzentriere mich auf meine arbeit ich bin kein held es Untertitelung des ZDF, 2020 Wer ist da? So hungrig. Vielleicht gibt es ja Fischfrikadellen. Ich hab's ihr schon tausendmal gesagt. Ich bin für das Malwerk nicht zuständig. Manchmal glaub ich, sie stellt sich absichtlich taub. Ich bin für die Teppiche aus. Aber das bringt ihn zum Muskeln. So? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So verstehen Sie doch. Ich rufe um Hilfe. Ist da jemand zu? Woll ich helfen? Hilfe! Hey! Hilfe! Was? Ich bin nicht da! Was wird mein Handeln heute Abend hier in der Gegenwart ändern? Was war das? Nein! Verdammt! Ich rufe ihn aus. gasp getular Tieren Untertitelung des ZDF, 2020 Sie dich nur um. Eine zerfallene Insel an den Rändern des Nichts. Aber diese ist besonders. Hier wurde mir die Kehle durchgeschnitten. Vor 4000 Jahren. Hier endete mein Leben. Und hier begann es von Neuem. Hier haben sie mich gemacht. Dieser Teil des Nichts wirkt älter. Untertitelung des ZDF, 2020